Also aber nochmal, wenn ich jetzt in Nordkorea von Hause nach Arbeit will, ist diese, wenn ich mit Zug fahre, brauchst du den Ruf auf oder schon bezahlen? Bezahlen, oder Kosten bezahlen. Aber es ist ganz billig. Also mit U-Bahn oder Straßenbahn und Rollibus könnten die Stadtbürger, also die Stadtbewohner, zur Arbeit gehen und fahren. Fahrkosten sind nur 5 koreanische Währung. 5 Won kostet auf Euro 4 Euro Cent. 4 Euro Cent. Und was ist die normale Einkunft? Also normal, was findet ein Nordkoreaner im Durchschnitt? Durchschnitt 150 oder 200.000 Won. Okay, also macht es auf Euro? Nein, 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 Entschuldigung. Das ist maximal auf Euro ungefähr 200 oder zwischen 200 oder 300 Euro. 300 Euro. Aber keine Miete. Keine Miete. Ja. Da kommt es nochmal her. Wie akzeptieren zwar? Also die Familie bezahlt zu Hause Betriebskosten, das heißt Strom, Wasser und Heidschuhe in Winterzeit. Ja. Okay. Diese Betriebskosten beträgt ungefähr 7% von Monatsgehalt der Familie. Okay. Aber pro Familie gerechnet? Pro Familie. Pro Familie. Große Familie hat natürlich große Zimmer. Große Wohnung mit zwei oder drei, über drei oder vier Zimmer. Und kleine Familie. Nur das Ehepaar zum Beispiel bekommt vom Staat ein oder zwei Zimmer Wohnung. Ja. Und wie ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel alleine wohne? Beispiel ich bin. Alleiner Beispiel? Alleinstehende. Also der Unverheiratete Erwachsene darf eigentlich keine Wohnung haben. Und nach der Hochzeit hat das Ehepaar ein Recht eine neue Wohnung zu kriegen. Und was ist jetzt aber nicht? Und der Alleinstehende, das Sikul-Dasein, muss immer bei Eltern bleiben und leben. Ja, das ist unsere Kultur. Wie ist das, wenn ich jetzt heirate, aber Ehefrau, ich habe geschieden oder Ehefrau ist tot und ist in Winter? Was ist dann? Was ist dann? Was ist dann? Ich kann auch eine neue Frau finden. Aber geschieden ist bei uns nicht so populär. Okay. Bei der Hochzeit hat das Ehepaar einander versprochen, bis zum Kreis, also bis zur letzten Zeit, immer zusammen zu leben. Gibt es bei uns auch? Gibt es auch diese Ah! Und die gesellschaftliche Stimmung, also die Umgebung von Leuten, von Eltern, von beiden Seiten, sind immer so über diese Scheidung. Also anders gesagt, besser zusammen, bis zum Ende zusammen zu leben, ja. Sie sind verheiratet? Ja, ich bin schon verheiratet. Ich habe eine Tochter, eine zwölfjährige Tochter. Und es gibt bei uns im Leben von Koreanern, also im Leben eines Ehepaars, gibt es natürlich Streit. Ja? Und nicht Streit. Aber bei uns ist ein schönes Sprichwort, das heißt, Streit zwischen Mann und Frau ist gleich mit Messer das Wasser zu schneiden. Kannst du mit Messer das Wasser schneiden? Nein. Kann ich natürlich nicht. Man kann streiten, das ist Leben. Aber danach einander verstehen. Man muss ja, was soll ich sagen, wenn du die Richtige doch nicht warst, wenn es doch nicht die Richtige war, bin ich verstanden. Wenn du deine Frau doch kennengelernt hast, hast du spazieren. Ja, selber kennengelernt und auch von der Hochzeit bei der Verlobten oder von der Verlobten auch mehrmals getroffen und einander erklärt und in sich verliebt. Und danach kommt es zur Hochzeit. Aber wenn du nach fünf Jahren nicht der Meinung bist, immer noch? Nach fünf Jahren? Beispiel jetzt mal. Oder, keine Ahnung, zehn Jahre. Du bist jetzt der Meinung, du brauchst was Neues. Nein. Ich habe schon mehrmals, also über zehn Jahre mit meiner Frau gelebt, aber es gab in zehn Jahren jährlich zwei oder dreimal grosser Streit mit meiner Frau. Ja? Und ein oder zwei Tage hatten beide Seiten. Also habe ich meiner Frau nicht, gar nicht gesagt. Meine Frau hatte auch so gemacht. Und in zwei Tagen gehen beide Seiten, gehen langsam. Mit großem Verständnis näher. Das ist schlecht. So geht es. Das ist schlecht. So geht es. Das ist schlecht. Hier ist die Gangbockstraße. Und diese Straße, Gangbock, ist 1989 gebaut. Und diese Straße sind 50.000 Wohnungen. Und die sind alle schon vergeben? Die Wohnungen? Die sind alle schon vergeben. Der Name Gangbock bedeutet Wiedergeburt. Wiedergeburt. Und das hier ist? Das ist zentraler Gerichtshof. Man könnte vielleicht dort scheiden, zu scheiden gehen, aber ganz selten kommt das Epa. Wie sieht es eigentlich mit Prominente aus hier? Wer ist hier so vom Sänger oder Sängerinnen? Oder was weiß ich so Prominent? Beispiel als Südkorea? Wichtig ist die St. 2, Rяет. Hilfe, Schllierkrank. 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 Unschwollierkrank. Schllierkrank. 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 Alles dabei, ja. Wie war die Normal noch mal? Die Dame noch mal? Kuangbock, Kuangbockstraat. Gut, Kuangbockstraat bin ich jetzt. Kuangbockstraat bin ich jetzt. Kuangbockstraat bin ich jetzt. Sokakt, oder Cadde. Und das hier ist? Tschirkus. Achso, das ist die Tschirkus schon. Ah, ah. Şimdi, meine Schilke getirdiler. Schilke, wir schauen, was wird. Schilke, wir schauen, was wird. Oh, ja. Wie war die Schilke? Mein Schilke, mein Schilke, mein Schilke. Mein Schilke, mein Schilke, mein Schilke. Ein Schilke, mein Schilke, mein Schilke. Ein Schilke, ja? Ja. Oh, ja. Dann kann ich noch hagel auf. Aber ich weiß nicht. Okay. Okay. So, dann kann ich noch mal das mal zeigen. Total geiles, wolkenloses, sonniges Stattach. So, wie ich es hab wollte. Diese Straße, also, wie sie schon gesagt, 1989 gebaut wurde, oder? Kuangbock. 1989 fangt in der Stadt Pyongyang 13. Jugend- und Studentenwildfestival statt. Anlässlich dieses Festivals haben wir diese Straße, so wie eine große Sporthalle, Dorf gebaut. Das werden sie später sehen. Okay. Damals kamen mehrtausende Jugendliche und Studenten von über 70 Ländern. Und die meisten davon sind ehemalige osteuropäische Sozialisten. Die kamen und zehn Tage lang hatten sie natürlich korelle, politische und sportliche Veranstaltungen. Die hatten sogar in allen Wohnhäusern auf dieser Straße übernachtet. Oh. Und wie viele Zimmer hat jetzt so eine Wohnung, weißt du? Wie viele Zimmer hat so eine Wohnung? Drei. Drei Zimmer. Drei Zimmer. Drei Zimmer. Ja, reicht ja. 90 oder 100 Quadratmeter. 90 Quadratmeter. Fast. Drei Zimmer. Drei Zimmer. Mit Küche. Mit Küche. Und Böscherraum. 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 Und wie groß ist die Straße? Also von wo bis nach wo geht die Straße? Von da, von dieser Brücke. Und weit, ganz weit hinter. Aha. So büch bist du auch gerne. So große Straße. Wir means mehringräteilen 로. Ver moreing ansen die Straße. Oder gern's? Drei... Drei... Three St heed. Drei Day. Auf die mark withouten었어요. Für die normalen Menschen ist das ja normal, normalen Menschen, die hier stehen. Also normalerweise sind die Menschen in die Hühne. Ich mache nämlich jetzt meine Dokumentation. Meine Türkei, das sehe ich in YouTube ein. Deswegen sage ich ja, wahrscheinlich werden noch mehr Türkei kommen, wenn ich das einstelle. Aber es ist wirklich so, wenn sie sagen, Korea, zeig mir mal dessen Landkarte. Viele würden das gar nicht zeigen können. Wo sind die Autos? Ich schicke ihn mit der Augen. Das hier ist ein Laden für... Ja, okay. Na, okay? Ja, ja. Aus. Nicht aus? Okay.